Grüß euch, ich bin der Bo Michael, ich bin Karosseriebautechniker vom Beruf, habe vorher sehr ausgelernt und bin 19 Jahre alt und heute zeige ich, was ich den ganzen Tag so mache. Ich war immer schon von Autos begeistert und ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Man sollte genau sein, ein gewisses technisches Verständnis für Autos sollte man mitnehmen, eine Freude in der Arbeit haben und flexibel sollte man auch ein bisschen sein. Gewisse Teile tauscht man noch, manche repariert man, kommt auf den Schaden drauf an. Die größte Freude ist, wenn man den Kunden das fertige Auto übergeben kann und das steht wieder da wie ich. Lebe dein Talent. Dieses Berufsporträt widmete Ihnen die WKO Oberösterreich.